Zum dritten Mal in Folge haben die Märkte die Entwicklung der Inflation total unterschätzt und als die Daten heute 14.30 Uhr kamen, da war erstmal Erschrecken angesagt. Hups, was ist das denn? Die Zahl viel höher als erwartet, aber dann das übliche Spiel bei The Dip. Egal, es wird schon irgendwie gut gehen. Die Inflation ist wahrscheinlich schon wie Transitorin, die wird schon irgendwann zurückgehen, gell? Also spätestens in den nächsten 100 Jahren haben wir dann Inflationsraten wieder unter 5% ist die Überlegung. Vor allem dann die Tech-Werte haben sich dann entwickelt. Das hat bestimmte Gründe, die wahrscheinlich mit den heutigen Daten relativ wenig zu tun haben. Dazu gleich mehr, aber die Frage ist, wie oft können sich die Märkte es noch leisten, die Inflation so zu unterschätzen und vor allem, wie reagiert die Fed darauf? Kommt die nicht mehr unter Druck, so langsam die Dinge wirklich ein bisschen mal, naja, ernsthafter zu betrachten und doch diese extrem ultralaxe Geldpolitik ein bisschen wieder zu strafen. Schauen wir uns zunächst mal die Daten heute an. 5,9% zum Vorjahresmonat die Verbraucherpreise, 4,9% die Erwartung, auch zum Vormonat mit plus 0,9% deutlich höher als sie erwarteten, plus 0,4%. Die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Also da war schon was geboten, aber wie gesagt, man steckt das erstmal weg. Am Freitag ist kleiner Verfall. Dazu kommt noch, dass wir in dieser Woche saisonal eine sehr günstige Woche haben. Das ändert sich dann normalerweise ab Mitte Juli. Dann wird es ein bisschen schwieriger heute. Auch die Zahlen der US-Banken sehr gut, vor allem JP Morgan. Also, Friede, Freude, Eier gucken. Wir machen erstmal das Spiel weiter, bis uns die ganze Geschichte möglicherweise auf den Kopf fällt, so wie Asterix und den Seinen gerne ja mal der Himmel auf den Kopf gefallen ist. Nein, ist ja nie passiert. Dementsprechend wird das auch hier nie passieren. Kurse steigen ewig. Es wird immer so weitergehen. Da gibt es gar keine Frage. Aber andere Kurse steigen stärker, nämlich die für Güter. Das nennt man dann Inflation. Also, Rentalcars, also Mietewagen plus 87% zum Vorjahresmonat. Klar, damals war natürlich Lockdown, Used Cars, Gebrauchtwagen 45%, Gas 45%, Airfare, also Fluggeschichten 24,6%. Aber eben auch Nahrungsmittel wie Bacon, Früchte, Schuhe. Das ist ja nicht das Koordinierungsmittel. Also, ich esse nur in Ausnahmefehlen meine Schuhe, muss ich sagen, gell. Aber auf jeden Fall Milch, all diese Geschichten mit deutlichen Preissteigerungen. Also, das merkt man schon im Portemonnaie. Aber ist transitory, transitory. Was, wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Aber jetzt wollen wir halt kein Problem haben. Und hier sehen wir den Inflation Surprise Index. Also, den Index, der bemisst, wie weit die Erwartung abweicht. Beziehungsweise dann die faktische Inflationszahl, die dann rauskommt, abweicht von der Erwartung. Und diese Grafik war noch vor den heutigen Daten. Ich habe noch keine aktualisierte gesehen. Aber das dürfte dann nochmal wahrscheinlich gar nicht reichen, dass der Bildschirm hier das abbilden kann. Das ist noch weiter nach oben gegangen, eben weil die Zahlen heute deutlich über der Erwartung waren. Okay, das nehmen wir halt einmal so hin. Im Vorfeld, und das ist interessant, waren die Inflationserwartungen bereits gefallen. Man denkt, ja, China schwingt ein bisschen ab, ist alles sehr transitory. Dementsprechend sehen wir hier den Hochpunkt der Inflationserwartung. Der war im April diesen Jahres. Jetzt kriegen wir diese Daten, die viel, viel höher sind. Und die Inflationserwartungen steigen offenkundig trotzdem nicht. Man ist auch nicht mehr so bullisch in Sachen Wachstum für die Wirtschaft, in Sachen Gewinne für die Unternehmen. Das zeigt sich in der Erwartung der hier von der Bank of America befragten Investoren, große Investoren. Wie schaut es denn aus mit einer Versteilung der Zinskurve? Was ja normalerweise passiert, wenn die Wirtschaft gut läuft, also dass die länger laufenden Renditen deutlich höher sind als die kürzer laufenden. Wenn man eine Inversion hat, wenn also die länger laufenden sogar weniger rentieren, nämlich die länger laufenden Anleihen als die kürzer laufenden Anleihen, dann ist das oft ein Zeichen für eine Rezession. Das war zuletzt eine gute Vorhersage der Anleihenmärkte, als die Corona-Krise kam. Das heißt, darum jedenfalls sehen wir, auch hier bei der Bank of America, dass die Investoren schon länger wieder in Tech umgeswitcht hatten. Man hat also Tech gekauft. Man ist raus aus Energy, aus Materials, also aus diesen Bereichen, die eigentlich Reopening, Inflations-Story sind. Da ist man raus und ist jetzt eben verstärkt wieder in US-Aktien gegangen. Auch ein bisschen Cash nach oben gefahren. Das ist hier der Vergleich zum Vormonat. Aber vor allem Tech ist nach oben ausgeweitet worden als Exposure. Also man hat Tech deutlich hinzugekauft. Und das dürfte der Grund sein, neben dem Verfall wahrscheinlich am Freitag, dem kleinen, dass jetzt der Nasdaq einfach am besten läuft. Wir sehen eine Klumpenbildung mit dementsprechendem Klumpenrisiko. Die Zahlen der Tech-Werte werden ja erst später kommen. Aber alle sind da drin. Wir werden gleich sehen, was heute sonst am Markt passiert. Jedenfalls, dass die Inflation höher ausfällt. Das war eigentlich so ein bisschen, naja, zu erwarten. 39 Prozent etwa der Business Owners, die bei der NFIB-Umfrage befragt werden. Das ist eine Umfrage unter Small Businesses, also unter eher kleineren Unternehmen. Da haben 39 Prozent gesagt, ja, wir planen die Löhne anzuheben. 28 Prozent haben gesagt, wir wollen neue Leute anstellen. Und 47 Prozent, der höchste Wert seit März 1981, sahen weiter steigende Preise auf sich zukommen. Also es kommt nicht aus dem Nichts. Wir sehen steigende Preise allerdings eben auch. Was die Aktien betrifft, die Bewertungen betrifft. Wir haben jetzt den gesamten US-Aktienmarkt bei fast 46 Billionen Dollar im Jahr 2000, als wir auch ein bisschen was Blase hatten. Da waren wir mal so bei 12, gell. Also es ist ein immenses Wachstum, was da der Fall ist an den Kursen. Weniger jetzt, was unbedingt das BIP betrifft. Das ist auch nach oben gegangen, aber nicht ganz so steil. Deutlich weniger steil, aber was nach oben gegangen ist, und das sehen Sie hier rot, das ist die Fettbilanz. Also hier die totale Ausweitung aller Möglichkeiten. Es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Und was wirklich interessant ist, wenn wir uns jetzt mal die Erwartungen anschauen, und die Berichtssaison hat ja heute mit JP Morgan und Goldman Sachs so richtig begonnen, dass man erwartet jetzt für die nächsten Quartale, gerade jetzt für das zweite Quartal, dass der Gewinn pro Aktie deutlich steigt, aber der Umsatz pro Aktie steigt nicht. Also da sind die Unternehmen offenkundig irgendwie schlanker geworden. Sie verdienen aber rein formal nicht mehr Geld. Also der Umsatz steigt nicht, sondern der Umsatz pro Aktie fällt sogar, so dürfte es sich jetzt abzeichnen, im zweiten Quartal auf 360 Dollar pro Aktie. Interessante Entwicklung. Interessant auch, dass eben jetzt an den Märkten zwar der Nasdaq 100 das erste Mal die 15.000er Marke erreicht hat, aber die anderen Indizes, die bewegen sich nicht großartig. Der Russell 2000, der Nebenwerteindex, der viel Value enthält, sogar deutlich im Minus. Auch der Dow Jones jetzt nicht gerade im Hochflug. S&P allerdings leicht im Plus und das reicht für ein neues Allzeithoch. Aber der Gewinner ist der Nasdaq. Aber wenn wir uns mal die Aktien an der New Yorker Börse anschauen, dann sehen wir, dass 1229 Aktien mehr fallen als steigen. Und das an einem Tag, an dem eben der Nasdaq eine neue Runde Marke erreicht. Wir sehen hier mal die Valuation vs. History. Verschiedene Anlageklassen, Property, durchaus sportlich bewertet, also Eigentum, Immobilien, Commodities sind die, ist die Anlageklasse, die in Relation noch am wenigsten teuer ist. Teuer dagegen die Aktienmärkte, historisch gesehen so teuer wie seit der Dotcom-Bubble nicht mehr. Und langsam wird es auch der Väter ein bisschen unheimlich. James Ballard hatte schon in einem Interview mit dem Wall Street Journal vorher gesagt, uh, jetzt wird es nochmal Zeit, dass wir da aussteigen oder irgendwie zumindest mal diese ultralaxe Geldpolitik zurückfahren. Es ist jetzt die Zeit, so James Ballard. Dann Daily von der San Francisco Fed hat heute gesagt, ja, also den Anstieg der Inflation, das haben wir genauso erwartet. Die Wall Street dagegen lag jetzt das dritte Mal in Folge deutlich daneben. Also, man sieht da, die hellsten Köpfe, die sind nach wie vor bei der Fed natürlich, das ist gar keine Frage. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob Sie die Taylor Rule kennen, das ist eigentlich ein Maßstab, wie man, oder wo die Zinsen sein müssten, wenn es mit rechten Dingen zugehen würde. Und die Zinsen müssten in den USA so um und bei bei 5% liegen angesichts der Inflation. Es gab nur einmal in den 1970er Jahren eine größere Differenz zwischen dem faktischen Leitzins und dem Taylor Zins. Das ist schon bemerkenswert. Also, die Fed muss jetzt langsam aufpassen, sonst werden die Dinge schlichtweg zu heiß werden. Und heiß wird es auch geopolitisch so langsam. Sie haben es mitgekriegt, Südafrika, Kuba, dort rumort es. Und es rumort immer dann, und das ist auffällig, gerade in Staaten, wo die Nahrungsmittelversorgung schwierig ist, die arm sind, wie eben weite Teile Südafrikas und eben Kubas, wenn die Nahrungsmittelpreise nach oben gehen. Hier sehen wir, die sind stark nach oben gegangen. Der Geopolitical Risk Index allerdings ist stark nach unten gegangen. Als wir das letzte Mal so hohe Nahrungsmittelpreise hatten, begann der arabische Frühling. Also, da könnte was kommen, geopolitischer Natur und vielleicht noch abschließend ein Hinweis auf einen Artikel von meinem Kollegen Wolfgang Müller, der geschrieben hat, den Artikel Neobroker, Demokratisierung des Aktienhandels, wirklich. Es geht da vor allem um den Broker Robin Hood, angeblich ja keine Gebühren etc. Jeder kann Aktien handeln, wir sind alle gleich, wir sind frei, wir sind hübsch. Aber der Wolfgang zeigt hier, dass das nicht der Fall ist, dass hier interessante Beobachtungen zu machen sind. Schauen Sie sich den Artikel mal an, Neobroker, ich werde ihn dann unter das Video wieder Ihnen posten. So, Inflation zieht an, Aktienmärkte ziehen an, alles geht stetig nach oben. Wunderbar, nicht wahr? Also vielleicht fliegt der Himmel uns nicht auf den Kopf, aber wir fliegen dem Himmel auf den Kopf, hat man langsam den Eindruck. Schönen Feierabend wünsche ich, Servus und Ciao.